Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Diese Folge ist so ein bisschen ungewöhnlich für meinen Kanal, denn es geht um Android. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht darum, dass ich nochmal Software auf einem alten Android nachinstallieren will und das auch letztendlich geschafft habe. Da das für mich eher so eine Sache ist, die ich nicht üblicherweise tue, ist das Ganze für mich auch so ein bisschen gedächtnisstützefähig. Wenn ich das Ganze in x Jahren nochmal tue und nicht mehr genau weiß, wie ich das damals gemacht habe, dann kann ich mir die Folie nochmal angucken oder auch das Video. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran oder ansonsten guckt was anderes. Bei mir geht es um ein Tablet, was jetzt schon ungefähr 10 Jahre alt ist, aber immer noch funktioniert. Und der Akku ist genauso gut oder sagen wir mal genauso schlecht wie am Anfang. Also von daher hat sich nicht viel getan. Darauf läuft ein Android 4.1.1 von 2012 ungefähr, obwohl das Tablet war glaube ich von 2014. Also von daher diese 10 Jahre, das kommt ganz gut hin. Das Ding hat einen SD-Kartenleser für Micro-SD-Karten und da habe ich so ein Programm drauf, so eine App dafür, um mir letztendlich farbige Dokumente anzuzeigen. Ich benutze das Ding als E-Book-Reader. Funktioniert gut, tut genau das, was ich eigentlich davon will. Und von daher will ich das jetzt eigentlich auch nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Es erfüllt nämlich genau seinen Zweck. Von daher verwende ich auch alte Dinge gerne weiter, ohne dass ich die in Austausche. Das Ding kommt mir auch normalerweise nicht ans Netzwerk, nicht ins Internet. Von daher habe ich da auch keine Sicherheitsbedenken. Ich habe jetzt einmalig noch probiert, ob ich über F-Droid, das ist eine freie App-Shop, App, mit der man freie Software installieren kann, hatte ich damals, ich denke mal so, als ich das Ding relativ frisch hatte, ausprobiert, habe ich ein bisschen Software installiert. Also ungefähr, der Softwarestand ist zwischen 9 und 10 Jahren alt, den ich damals damit installiert habe. Da dachte ich mir, na gut, bringe ich das Ganze nochmal ans Netzwerk. Ich habe mir auch über einen Raspberry Pi einen speziellen Access-Point gebastelt, der das Gerät zwar ins Internet, also das Tablet zwar ins Internet bringt, aber von meinem anderen Netz komplett trennt. Darum hatte ich an der Stelle jetzt auch keine Sicherheitsbedenken. Wenn da irgendwelcher Spionagekrempel noch drauf ist, dass Google nach Hause telefonieren möchte, okay, gut, ist nichts Wertvolles drauf. Sollen die das nochmal machen, sollen sie sich darüber freuen, dass sie nochmal von einem alten Android 4.1.1 irgendwelche Informationen sammeln, war mir relativ egal. Ich wollte aber über F-Droid versuchen, eine Software zu installieren, nochmal für Wörterbücher. Ja, die gibt es prinzipiell auch bei F-Droid drin. Bloß das Problem ist, dass die Version von F-Droid, die ich installiert hatte, natürlich viel zu alt ist. Dann habe ich versucht, eine neuere zu installieren, die immer noch unter Android 4.1.1 läuft. Ja, das funktioniert prinzipiell auch. Eine neuere Version als die, die ich schon hatte, gibt es. Allerdings hat sich da an dem Mirror-Konzept bei F-Droid irgendwas geändert, sodass er keine Paketquellen mehr runterladen kann und dementsprechend auch keine Software. Das ist so ähnlich aufgebaut wie bei APT, also es gibt Paketquellen, die runtergeladen werden, wo drin steht, welche Pakete es gibt. Und dann kann man über ein Programm oder eine App diese Software installieren lassen. Ja, ging halt nicht mehr, weil sich da was geändert hat. Da ich mir schon eine Software ausgeguckt hatte, mit der ich diese Wörterbuchdateien installieren kann, die Art2 heißt oder Art2, habe ich geguckt, wo man die jetzt herkriegt. Man bekommt diese Installationsdateien, das sind APK-Dateien, bei Debian sind es .dep-Dateien, also das ist sowas ähnliches. Die kann man einzeln runterladen. Aus dem GitHub-Report habe ich dann da geguckt unter Releases und da gibt es auch die für ältere Versionen. Und dann habe ich verschiedene Versionen runtergeladen und habe angefangen bei, ja nicht einer allzu neuesten, aber ich habe mich dann so runtergehangelt, immer eine Version weiter runter und habe geguckt, was lässt sich noch installieren. Dann bin ich als neuster Version, die noch auf meinem Android läuft, bei 045 gelandet. Ich habe das Ganze auch verlinkt, also unten im Video unter der Beschreibung. Dort stehen die Links zu den Folien, die ich hier anzeige. Dann könnt ihr auch nochmal ein paar Hand durchblättern. Und alles, was hier so blau hervorgehoben ist, da sind die Links hinter, entweder man sieht sie direkt oder die verstecken sich dahinter. Und wenn ihr die Folien habt, könnt ihr es anklicken bzw. den Link da rauskopieren. Ich hatte jetzt eine APK-Datei und die habe ich genommen, habe die auf die SD-Karte drauf gespeichert. Wie kriege ich jetzt so eine APK-Datei installiert? Ich hatte da noch so einen Ghost-Command, da heißt das Ding glaube ich, so ein Zwei-Spalten-Datei-Manager drauf. Da dachte ich mir, okay gut, navigierst du da hin zu dem SD-Kartenleser, wo der gemountet ist und tippst da mal drauf. Geht aber nicht, damit kann man kopieren, verschieben, löschen, sonst irgendwas. Aber installieren habe ich da nicht als Option gefunden. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, aha, das soll man mit einem Browser machen. Ich hatte drei verschiedene Browser da mit drin. Einer, der ist bloß Browser, das war wahrscheinlich der vorinstallierte, der in dem Android direkt drin ist. Der kann APK-Dateien auch nicht öffnen. Ja, also bietet kein Dialog dafür an. Aber ich hatte noch einen alten Firefox drauf. Und wenn ich jetzt im Firefox das hier eingebe, dann bekomme ich ein Verzeichnis, von dem aus ich mich weiter durchgangen kann zur eigentlichen SD-Karte. Für mein Gerät ist der vollständige Pfad direkt zur SD-Karte der hier. Und dann habe ich dort gesehen, dass da diese APK-Dateien sind. Und wenn ich auf die drauf tippe und festhalte, kommt irgendwann so ein Dialog mit App-Paketinstaller öffnen. Da gehe ich drauf und sage, ich möchte das jetzt installieren. Da steht dann auch drin, welche Rechte diese App braucht. Und dann installiert sich das Ganze. Und damit habe ich denn diese Wörterbuch-Software installiert. Nachdem ich jetzt die eigentliche Software installiert habe, brauche ich natürlich auch noch Wörterbücher. Die gibt es bei freedict.org. Die gibt es verschiedene Sprachkombinationen von Deutsch nach Englisch, von Englisch nach Deutsch, von Englisch nach Französisch, was weiß ich. Da gibt es immer so zwei Sprachkombinationen in einzelnen Dateien. Und die gibt es auch mit verschiedenem Umfang. Und wenn mehr Wörter drin sind, die übersetzt sind, wird diese Datei natürlich größer. Das gibt relativ kleine und umfangreichere von diesen Sprachdateien. Ja, wenn ihr euch da was ausgeguckt habt, dann kopiert ihr diese Datei auch auf eine SD-Karte drauf. Und in dem Art2 könnt ihr dann nach neuen Wörterbüchern suchen. Da ist so ein Button für Suche nach neuen Wörterbüchern. Und dann kann man die üblicherweise benutzen. Mir ist es allerdings passiert, dass dieses Programm, diese App abgestürzt ist. Da steht dann wirklich, die ist abgestürzt. Und dann habe ich aus diesen Einstellungen unter Apps rausgefummelt wieder dieses Art2 und habe da den Cage gelöscht. Und danach hat es auch funktioniert. Ja, das war es denn für dieses Mal. Wirklich mal wieder ein bisschen was anderes. Also noch ein bisschen anders als andere Sachen, die anders anders sind. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielleicht könnt ihr damit nochmal ein altes Gerät wieder zum Leben erwecken. Beziehungsweise nochmal einen neuen Verwendungszweck dafür finden. Denn auch wenn sowas relativ alt und abgehangen ist und die Hardware trotzdem noch funktioniert, lässt sich damit vielleicht noch was anstellen. Also man muss es nicht wegwerfen, sondern man kann da vielleicht nochmal was mitmachen. Wenn man damit keine, sagen wir mal, Internetaktionen im weitesten Sinne macht, dann ist es auch relativ egal, ob das Gerät noch sicher ist. Also meins ist es auf jeden Fall nicht mehr. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Und wenn man es einfach plus als Lesegerät verwendet, ohne dass es Verbindungen zur Außenwelt hat, ist es okay. Also von daher macht es gerne nach. Wenn ihr sowas noch rumliegen habt, probiert es einfach mal aus. Vielleicht braucht ihr auch noch wieder ältere Versionen von irgendwelchen Apps. Guckt einfach mal nach, ob es irgendwo noch diese APKs in der alten Version gibt. Und einfach mal ausprobieren, denn was soll schon schief gehen. Ansonsten gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.